...Sprung nach der Smarter Bay-System. FDL-Sprung erfolgreich. Helports bereit. Missionskoordinaten festgelegt. Der Bündete Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver trifft ein. Das Schicksal aller Menschenkinder liegt in Ihrer Hand. Lassen Sie sie nicht im Stich. Wir benötigen ein Geschwader. Geschwader unterwegs. Der Bündete Zerstörer verlässt Geschmader. Der Bündete Zerstörer ist. 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 SOS 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 Freiheit für immer! Letztes Nachladen! Verletzung! Verletzung! Was für eine Verletzung! Der Bündete Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver trifft ein. Schönen Gruß von der Demokratie! 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 Der Bündete Zerstörer ist. Freiheit für immer! Helst eine Probe gesammelt! Was ist eine Probe gesammelt? Munition alle! Magazin leer! Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver trifft dahin. Mein Leben für Übererde! Rade nach! Wir benötigen ein Geschwader! Wir benötigen ein Geschwader! Ich komm! Weih! Ja. Wirklich? 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 Potenzierung 10, Südnöstlich, 100 Meter. Vordere Hölzbomber! Neusmagazin! Ich gehe ans Terminal! Fremdomber Schatz! Gebiets! Magazin, Leer! Letz' das Dachat! Noch dreißig Minuten für die Mission. Lade nach! Schmerz für Granate! Schmerz für Granate! Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Die Demokratie ist gelassen! Markiere Kater. Südl. 100 Meter. Schmerz für Granate! Seltene Probe gesammelt. Schmerz für Granate! Positioniere Pins! Nordöstlich! 300 Meter! Positioniere Pins! Südwestlich! 300 Meter! St cholera! Die Ladder überrascht werden! Pinsch! Möhn! Schmerz! Ja, bitte, geschützt! Kennzeichner Position! Westlich! Ziel lokalisiert! Egal! Schicker ein Adler rein! Hier kommt die Coverlay! Der bitte Orbitalschlag! Adler 1 muss weg und aufstocken! Noch einer beißt ins Gras! Das ist gut! Ja! Vor dem Erhölz-Bombaren! Wir benötigen ein Geschiss! Markiere Position! Essenzielle Taktikausrüstung verfügbar! Seltene Trofe gesammelt! Möllenbomb ist scharf! Gebiet rein! Essenzielle Taktikausrüstung nicht länger für Verstärkungsbudgets aufgebraucht! Essenzielle Taktikausrüstung verfügbar! Essenzielle Taktikausrüstung nicht länger verfügbar! Markiere Position! Die Über-R-E-Ticht über dem Einsatz! Wir haben eine Probe! Sporthausen, Torsten entdeckt! Ehre! Er-Bitte-geschöpft! Er-Bitte-Walker! Nice, Makassin! Das ist Demokratie! Zusätzliche Verstärkungsmittel genehmigt. Ja! Ja, ha, 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 ha! Bordausrüstung zerstört. Markiere Karte. Nordwestlich. Weit weg. Wir benötigen ein Geschiss. In Deckung. Markiere Karte. Südlöslich. Bei meiner Position. Auf eine Probe. Magazin leer! Schicke einen Unterreif. Noch 20 Minuten für die Mission. Nachdenberg. 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 Das war's. Entdeckung! Magazin leer! Wir benötigen ein Geschütz! Neuss-Magazin! Vordere Orbital-Schlag an! Vordere Orbital-Schlag an! Vordere Orbital-Schlag an! Vordere Orbital-Schlag an! 100 Meter! Vordere Orbital-Schlag an! Vordere Orbital-Schlag an! Vordere Orbital-Schlag an! Erditte Geschütz! Vordere Orbital-Schlag an! 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 Was ist das? 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 Warnungsten Zeit hat, minus 2 Minuten 30 Sekunden. Schmerzen Grenaten! Erwarte Taktik-Paket! Adler-Heiß, verlasse das Kanzel mit einem Locker! Ankunftszeit T-minus 1 Minute 30 Sekunden. Wir benötigen ein Geschütz! Erditte Geschütz! Ankunftszeit T-minus 1 Minute. Ord! Süd-Rös-Plecht! Kennt euch eine Position! Süd-Egal! Ladet ab! Kostet ein wenig Demokratie! Kostet ein wenig Demokratie! Ankunftszeit T-minus 20 Sekunden. Ankunftszeit T-minus 10 Sekunden. Landezone räumen! Hände nicht! Das ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Start klar. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Ficke ein Adlerreiß! Eingriff im Gang! Ficke ein Adlerreiß! Krieg an 1 bereit zum Abflug. Shuttle start in 20 Sekunden. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Ein weiterer Sieg für die richtige Seite der Geschichte. G Ferne. Der тут Sieg für mich. Der Vere Eminver Gerichte ist langsam ges searched! Man hat sie verändert. Kriege ohne Beschuss eigener Truppen. Ich frage, wenn wir Cyberstan zurückerobert haben, werden wir jeden Asteroiden in der Galaxie umdrehen, bis wir wissen, wo die Roboter hergekommen sind. Ich frage, wenn wir die Roboter hergekommen sind. Die Roboter hat Cyberstan und die umliegenden Systeme infiltriert. Erst in Richtung Zufolge dürfte diese Armada mehr als zehnmal so groß sein. Zur Zeit ist noch...